Bei strahlendem Sonnenschein haben in Stockholm die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag von König Karl Gustav begonnen. Mehrere tausend Landsleute und Touristen tümmelten sich in den Straßen der Hauptstadt, um dem Monarchen zuzujubeln. Zu den Feierlichkeiten waren zahlreiche Königsfamilien geladen. Unter den Gästen waren auch der spanische Altkönig Juan Carlos und seine Frau Sophia. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt seit knapp zwei Jahren. Karl Gustav war gerade einmal 27 Jahre alt, als er den Thron erbte. Mit seiner Frau Königin Silvia, einer gebürtigen Deutschen, hat er drei Kinder und mittlerweile fünf Enkelkinder. Der in der Öffentlichkeit oft steif wirkende Monarch ist in seiner Heimat äußerst beliebt, war aber wegen angeblicher Rotlichtkontakte in den Schlagzeilen gewesen. In einer Rede am Freitagabend sagte seine Tochter, Kronprinzessin Viktoria, ihr Vater sei Vorbild und Unterstützung und strahle für sie Ruhe, Sicherheit, Vertrauen und Wärme aus.